so leute sie sind zweit am start mit mir dem marcel oder eher gesagt mit dem gott meg lp 200 und er wie gesagt in der priester architekt folge habe ich ja gesagt dass wir jetzt gerade das jetzt aufnehmen und wir sind jetzt gerade voll im move drinnen alter timer gestellt wie immer zehn minuten wunderschöne zehn minuten und ja warum jetzt wieder minecraft season 2 wenn die das die priester architekt folge davor nicht gesehen hat es liegt einfach daran die aufgabequalität war zu gelohnt und jetzt habe ich einfach mal neues mikrofon gekriegt und jetzt geht es richtig ab jetzt bin ich voll im movement mit euch und dann läuft auch schon mal mit der hase würde ich sagen wir sind hier ist also wir sind genau hier so an die wand gespawnt und ja erst mal stein sachen versuchen zu holen wir spielen in der 172 version so warum in der 172 version und nicht in der 174 es liegt einfach nur daran dass das bei mir ein bisschen am rumlecken ist und das wollt ihr euch bestimmt nicht geben einfach ohne texture pack in der nächsten folge ist ein texture pack dabei glaube ich wenn ich es rein wenn ich es rein mache oder ja auf jeden fall wünsche euch viel spaß schauen ich habe jetzt erst mal vier folgen voraus aufgenommen von prison architect das lag daran dass ich am samstag nicht hochgeladen haben weil wir da eine kleine operation hatten mit dem ganzen klar mit allen sechs verdächtigen motherfuckern und er da habe ich halt nicht aufnehmen können demnächst wird auch noch ein hsb clan channel von uns kommen dann kommt auch noch das hd capture und sowas und jetzt hätte ich noch mal frage wenn ja irgendeine ps3 oder sowas hat schickt mir immer mal ein video was wir wirklich mit so ein hd capture aufgenommen habt dann habe ich das im hintergrund und ladet es halt bei meinem kanal dann hoch das könnt ihr mir als nachricht schicken video datei oder sowas auf jeden ist nett wenn ihr das machen würde so als denn das gameplay zu zu schauen würde ich das machen und würde einfach so sagen ja von so einem jungen der mir das erspielt hat nur für meinen kanal und sowas war würde ich dann sagen und zum beispiel würde ich dann auch noch angeben das halt der junge dann auch auf facebook oder dass er oder ich verlinke dann auf jeden fall noch seinen kanal und so alles und es wäre einfach nur nett wenn ihr das machen würde vielleicht wenn wirklich auch leute hier ps3 noch am zocken sind ich zum beispiel immer noch jeden tag die ganze zeit nur noch weil es einfach sucht es macht einfach spaß dann was so so was waren husten da bin immer noch ein bisschen erkältet tut mir leid wir sind hier im letzten abfahrt gespawnt so wie das jetzt aussieht ohne was zu essen hier würde von uns ein schaf oder nicht da ist es scharf hi geht's dir ist tot und ja für meine abonnenten wenn ihr mal lust habt nicht für meine abonnenten wenn ihr wirklich mal lust hat auch so ein projekt pvb projekt oder sowas dann fragt irgendwelchen leuten die das wirklich am plan sind oder ich frage sie auch und der helder aus dem lavasee okay wir gehen jetzt so hoch würde ich sagen und ja dann würde ich da halt mitmachen zum beispiel bei pvp oder sowas würde ich alles mitmachen warum ist das schon ein zombie der zorni facken hier zunahme alter wunderschöne musik hat im hintergrund kür was zum schafe zum pen alter hier ist es schlafen land geht ein alter geht ein ich glaube ich werde jetzt immer im voraus aufnehmen ja also ein bisschen so vorher ausbemsen weil das wir haben es ja jetzt heute sonntag und ich glaube das wird heute alles in der nacht hochgeladen weil ich keine hobbys habe ja genau deswegen und ich hoffe ihr habt auf jeden fall viel spaß aber es ist ein dschungelbaum oder das ist mit glück der baum einfach mal so das da okay das ist neues biome also es gibt ja hier wie gesagt neue biome und so alles mit reib sand und allen drum und dran und ich habe gerade ein fps einbruch so viele geilen schafe also so viel geile schafe einfach mal eine epische fläche alter wie epig ihr könnt mir jetzt nicht sagen dass die welt nicht richtig generiert ist alter ohne scheiß das ist irgendein biome oder was wir sind oder wo sind wir eigentlich extreme high hild also wir sind in einem biome was wo es extra richtig große bäume gibt übrigens wenn es die folge jetzt gleich mal reinziehen würde oder reinzieht würde ich jetzt auch mal das ansprechen mit dem projekten zwischen uns beiden denn wir haben was geplant gehabt ich und er aber das will jetzt nicht sagen aber er hat auch noch nichts gesagt von dem projekt also wird das erst was weiß ich wann das erscheint das projekt oder ob er da zustimmt oder so weil ich eben mit ihm ein projekt anfangen will und meinetwegen kann es auch minecraft sein also ich habe da nichts auszusetzen skybox wenn du bock hast können wir das machen ich habe auch schon in seinen kommentaren gelesen bei einem hat er geschrieben ja bitte machen wir einen machen mit gottmild dingen sein ding und ich will es hoffen dass das mit mir macht es liegt gerade nicht ich gucke so kurz auf mein timer wir haben ein bisschen zeit dann schlachte ich das schwein hier ab erst mal so das essen alter doppelt mutter fack man muss man nehme ich hier noch die piggies mit nicht runterfallen hat sowas getroppt scheiß stück ich weiß dass was getroppt ich würde sagen wir gehen jetzt einmal in diese richtung um die grund wegen zweiter wegen der neuen sie sind will ich jetzt nicht sagen also wegen zwei sieben wegen der zweiten sie sind neu das sage ich jetzt nicht das ist einfach ein grund aus technischen problemen und damit einfach kein bock drauf ja das können wir uns noch machen die oma so erstmals dafür gleich ist jetzt ein zombie irgendwo ich hoffe es wird nicht so schnell nacht und zwar muss er noch was sagen wegen fiktig am wegen der wegen genau wegen der 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 wegen hexe projekt das wird nicht kommen weil eben bei mir das problem ist funktioniert nicht mehr wenn ihr den link für das gekaufte neue hexet habt ich habe keine ahnung bei mir geht es einfach nicht mehr oder zu dem neuen text tag it lauer ja technik lauer genau so heißt das teil auch dann schickt man bitte mal in die kommt schreibt einfach in die kommentare und ich würde mich auf jeden fall freuen wenn mir wenn ihr mir das mal keine ahnung mal den link schickt wie wohl ich will das downloaden kann weil eben ich habe es nun ich habe es mir fünfmal neu gedownloadet und es geht einfach nicht das kotzt mich so richtig an und wir haben ja ein wunderschönes biome gefunden ich feiere das biome jetzt hier werden wir irgendwo uns niederlassen ich glaube hier so hier so mit so einem wunderschönen see und ja wäre auf jeden fall nice von euch wenn ihr mir das machen wenn ihr das schicken würdet ähm und ja mehr eigentlich nicht und ich würde das sagen ich habe auch noch was um wegen das wegen den sogenannten ähm 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 die sonne geht um dann gehen wir gleich mal pennen epischer moment ist das einfach nur ein epischer moment season 2 alter ohne spaß gleich ist auch die zeit wieder vorbei wir machen uns noch schnell im bett und setzen das noch hin zum glück so einfach hier hinsetzen wir haben noch 32 sekunden so wir haben noch was zu essen und der erste tag vergeht in minecraft nach schlafen kam mit wunderschönen sonnenuntergang leider kann auch die fan drin jetzt gehen wir noch pennt dann war es auch schon für genau das war es auch schon von mir allen gottmec hd der erste tag in minecraft ist vorbei wir sehen uns in der nächsten folge haut rein schlafen